Herr Limberger, was ist heute hier los? Ja, wir haben ein ganz freudiges Ereignis. Wir feiern heute den Spatenstich zum neuen Incheu, einem der größten Fitnesscenter in der gesamten Region und demzufolge auch ein sehr großes Gebäude. Wie geht es euch denn an diesem Tage? Sensationell, der Sonnenschein zeigt genau das, was wir in unserem Herzen spüren, nämlich Wärme und es wird etwas vorwärts gehen, was wir vor zwei Jahren begonnen haben zu planen. 1, 2 und 3! Leute, die freuen sich mit uns, die sind begeistert und machen uns immer Komplimente, wie toll das Studio wird und dass sie auf jeden Fall dabei sind, dass sie mitziehen. Egal? Okay. So, also, zum Wohl und viel Glück, gell? Zum Wohl! Das werden wir schon hinkriegen, gell? Zum Wohl! Willkommen gepachtet! Auch geteckt! Also, wir bringen hier natürlich sehr viele Erfahrungen zusammen. Kathlin war ja selber schon Studioleitung in Norddeutschland, hat schon viele Clubs gesehen. Ich bin seit 32 Jahren im Fitnessgeschäft und dieses ganze geballte Know-how wird in diese neue Anlage reingesteckt und ich denke, dass die Leute was bekommen, was es im weiten, weiten Umkreis nicht geben wird.